Ja, auch heute schauen wir, was wir für eine Glückszahl bekommen und wir haben die 7. Die 7 ist eine Zahl von Wissen, von Idealen und manchmal auch von der Forschung. Vielleicht bist du in einem forschenden Feld, vielleicht erforschst du gerade gewisse Welten, die dir bisher unbekannt waren mit dieser 7. Vielleicht musst du aber auch ein bisschen warten. Also das ist oft ein Hinweis darauf, dass die Dinge stagnieren, dass die Dinge Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Ich wünsche dir ein schönes Tag, bis bald. Tschüss.